Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Spätestens seit unserer 0 zu 4 Pleite gegen Bayer Leverkusen steht ja unser Frank Kramer auch öffentlich in der Kritik und ich denke mal das ist ein Thema, was in den aktuellen Tagen auch viele von uns beschäftigt. Gegen Hoffenheim wird der 50-Jährige auf der Bank sitzen, aber natürlich waren die Aussagen von unseren Verantwortlichen auch klar, man darf getrost davon ausgehen, dass es eben wie ein Endspiel gesehen wird. Bei einem erneuten Misserfolg werden Konsequenzen auf den Trainerposten natürlich dann auch folgen. Natürlich kann man hier die Frage stellen und die stelle ich mir dann auch, ob das denn alles dann auch so richtig ist und warum man dann nicht vielleicht schon nach dem Leverkusenspiel eben das Ende mit Kramer vollzogen hat, wenn man ohnehin nicht mehr komplett überzeugt ist. In meiner Meinung nach wirkt es schon irgendwie so, dass man die Trennung erstmal nur aufgeschoben hat, aber auch nicht wirklich mehr, denn selbst wenn man gegen Hoffenheim gewinnen sollte und dann wieder zwei, drei Spiele schlecht performt, ist man halt am selben Punkt wie aktuell und hätte das vielleicht dann sogar vermeiden können. Unabhängig davon laufen aber ja bereits hinter den Kulissen die Vorbereitungen für den Fall der Fälle und das ist ja auch vollkommen normal. Thomas Reis, der er selber vor einem guten Monat bei Bochum entlassen wurde und bereits im Sommer ein Kandidat auf Schalke war, soll ja nach Informationen der Bild-Zeitung schon bereitstehen. Aber, und ich denke mal, das ist ja auch vollkommen normal, der 49-Jährige ist nicht der einzige Kandidat. Denn, wie Sport1 berichtet, soll es auch intern in den Diskussionen den Namen Adi Hütter gegeben haben. Der 52-Jährige Österreicher kennt ja die Bundesliga nach drei wirklich erfolgreichen Jahren bei Frankfurt und der letzten Saison bei Gladbach, wo ja nicht mehr allzu viel gut gelaufen ist. Trotzdem wäre er sicherlich vom Trainertyp her einer, der uns schon sehr weiterhelfen könnte. Aber er wäre natürlich auch im Vergleich zu Thomas Reis die deutlich teurere Lösung. Auch deshalb gilt Hütter, dessen Bereitschaft in den Abstiegskampf einzusteigen, auch noch nicht klar ist, aber allenfalls als Außenseiter, da sind sich die Medien auch einig. Und wir sehen, an sich haben wir ja noch einen Trainer, man muss jetzt auch noch nicht allzu viel über Namen diskutieren, aber all das zeigt ja schon, dass man schon noch irgendwie oder dass alle gefühlt der Meinung sind, dass es mit Frank Kramer nicht mehr lange halten wird. Es gibt das Endspiel gegen Hoffenheim. Klar, wenn du es irgendwie gewinnst, selbst durch ein Eigentor in der 90. Minute, wirst du ihn wahrscheinlich nicht entlassen. Aber wenn man eben dann noch weiterhin keine Trendwende sieht, haben wir halt in zwei, drei Wochen genau den gleichen Punkt wie jetzt. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anale Schalker. Jan Schalker. Anale Schalker. Anale Schalker. Anale Schalker.